Hallo! Hallo, was geht? Was geht? Nicht weinen. Er hat schon die Lebensgeister hier verlassen. Ich nehme einen Strick. Ich häng mich jetzt hier unten auf. Ich bin ganz alleine. Dann mach es. Wo bist du denn? Ich seh dich noch gar nicht. Ich bin direkt unter dir. Delph, hast du noch Ärzte bei dir? Du bist unter mir? Gut, gut, gut. Ich bin unter dir? Du bist unter mir. Ich bin in dir. Nein, du bist weit unter mir. So besser? Meinst du ein Niveaumäßig? Nein, natürlich nicht. Ah, okay, okay. Ich flimmst reinsetzen. Ich werde von blauen Ungeziefer belästigt. Erstmal auf den Kopf hier. Du auch. Ach nee, nicht getroffen. Oh. Also diese Waffe, ich habe dieses übelst lahm. Ja, heul. Ja, ich heul auch. Ja, ich heul auch. Toll, ich wurde gerade angestupst. Also ich habe voll die krasse Tour gefunden. Und? Geht nicht, ja. Mach doch was du willst. Ich schreib zurück. Ach Leute, ich würde mal sagen, BlackBring gibt es jetzt immer dieses erste Upgrade auf seine Rüstung, weil der ist jetzt alphabetisch die erste in der Reihenfolge. Ja, komm her. Aber nur heute. Moment, der hat noch die Kupferhose vom letzten Mal, während wir anderen noch nichts haben. Ah, okay. Also ich habe mein Brustpanzer anbekommen. Eigentlich Dave jetzt. Nee, nicht Dave. Ja, Dave, komm. Wegen Geht. Der ist ja Gaming Dude. Der kommt schwer da ran. Ich habe schon alles. Du hast schon alles? Ich kupfermäßig. Ja, wir haben ja gesagt. Also ihr habt letztes gesagt. Ich bin dran. Sims hat noch nichts. Sims ist der nächste Langordnung. Doch, ich habe eine Kupferrüstung schon. Hast du die gerade eben gemacht oder was? Nein, die ist noch vom letzten Mal. Dann bin ich jetzt an der Langordnung dran anscheinend. Ich würde sagen, ja. Da hast du recht. Dann käme das Flämmchen und danach unser Affe. Ja, dann mach doch mal. Ich habe schon seit 100 Jahren fertig. Ich schmelze erstmal alles, was wir gefunden haben. Naja, du brauchst noch ein bisschen, weil ich auch noch ein bisschen... Naja, alles wäre... Ich wünsche mir jetzt mal die überfällige Rüstung. Alles wäre doch blöd, ne? So ein bisschen Kupfer können wir lassen, um die Spitzhacken zu reparieren. Da habe ich sowieso schon vorgesagt, keine Sorge. Apropos. Ich würde sagen, dass uns doch erstmal ein Schiff bauen. So, jetzt sehe ich männlich aus. Guck dir mal eine Kupferbrust an, die ist so männlich. Du sollst männlich aussehen, Alter. Wie soll das denn funzen hier? Echt mal? Wie kann man denn als Blume männlich aussehen? Ja, Alter, das geht nicht. Geht alles. Nein, das geht nicht. Ich bin die männlichste Blume auf dem Planeten. Und die Einzelne. Ja, 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 ja. Du bist das Seministen. Da müssen die Tropie und der Pimp mit dem Cape reden, gell? Ja, Junge. Ich habe hier... Ich bin Boss, Alter. Hier, ich möchte jetzt mal den Planeten erforschen. Guck mal, ich habe ein Pips-Outfit. Wow. Weiß, das ist ein bisschen knapp, oder? Also, Flamme läuft hier gerade ein Dekutier durch die Gegend. Also, wo? Ich bin gleich da. Hat hier noch die Glöcher und ich kann es nicht sehen. Nur, weil wir kein Licht haben. Okay. Ich wollte auch gerade setzen. Sag mal, wer will jetzt mit, kommt den Planeten erforschen. Ja, Dave. Ich komme mit, dann können wir Holiday Spirits sammeln. Ich will noch meinen Santa Claus-Outfit machen. Das ist ein bisschen knapp und das finde ich gut. Nun, aber mal machen. Von wem war das nochmal? Äh, Sido. Weihnachtszeit, Weihn... Ach, der Sido. Stimmt ja da. geradeaus scherz sagen und so und so und so bei mir leckst gerade übel und ich habe ich jetzt alles ich habe trotzdem nicht brustpanzer und und hose oder welche mit erst mal für flämmchen dann ihre ausrüstung machen genau machte mal machte mal keine antwortet mir fragen ob jemand morgen arbeiten muss von euch außer da nein ich habe noch frei die antworten dir nicht nur die ich auch nicht mal zu warum denn wer spricht da nicht hallo wer bist du seid ihr eigentlich ich stelle mache ich da warum liegt hier bei stroh rum wie du kriegst du eine maske ja blass mir doch ein ja nein was doch hier den planeten erkunden arbeiten muss der arme knabe der ganzen ganzen weiten alter der sommer was für sein geld tun die alte hau die ma arbeiten jetzt halt ja ich kann ich raumschub beschwören aus eisen war ja ich bin in die pisse rein jetzt eklig aber wie lange muss ich mich denn noch nach oben vor dem fahrer geben wir rechts also das für die harten burschen oder geber links für die pussis ja wenn du nicht hin machst was soll ich denn machen aber da ist das eure ja alter du mich macht man immer zur sau direkt alter und der der lässt die scheiße ab du hast ja auch verdient ja mag sein mag sein ich glaube dass noch mehr pisse die können sich nicht wehren das finde ich nice ich komme doch schon eine ganze zeit da kommst du schon die ganze zeit komme ich komme ja das ist heftig heftig hier müssen wir gar nicht hin auch schön unten drunter gehen die sind geflügelten hunde und die schlafen gefallen direkt noch nicht geflügelt das weiß ich was die haben ich will nur die scheiß holy spirits haben mir will ich gar nicht haben okay hast du hast eine bandage noch ja da gibt mir einen ab ich töte ihn jetzt mal sinnlos rum töten schön dass du wieder eine selber gefressen hast du mir keine bandage abgibst ich gib die scheiße ich hab 24 das wird ja für uns beide reichen ja dann gib doch mal endlich eine ab mann hallo alter bei mir brauche ich brauche ungefähr 24 bandagen hier in einer folge gottverdammt das bildet ja auch scheiße ja ich brauche der noob ich sag's doch die ganze zeit holiday spirit tut hier geht's weiter ich 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 sammeln ich sammeln hier noch die zu mir ans bett ja hab ich hier auch massiv von ja ja ganz viele ja 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 ich dann lass mal zurückgehen nein weiter dennoch dennoch mein lieber freund alles klar alles klar scheiß meteoriten ja genau immer in die leuchtigen kugel rein dann kannst du nichts falsch machen guck mal mit job was war das denn der ziel ist ja ganz am anfang wieder reingejumped ist alter zerfletscht ist das so episch aus frage 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 ja 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 dann kommen die rohstoffe rein in welche truhe also ernst das macht die einzig verfügbare truhe oben neben dem ok bei dem schlitten dabei die hohe stein raus verarbeitet ich mach sie wieder rein ok ich habe mich gerade auf den planeten gewarnt 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 die bürste mit stolz auf dich was geht ach so der affe ist verletzt ich wollte schon sagen ja mann bin ich verletzt der affe macht vier schaden die das nein nein wir brauchen wieder einen neuen timi vielleicht auch nicht holi spirit holi spirit und mal hier rüber zu mir die holy spirit klingt wie besser ja holy glory doch ich komme ich dafür darf ich übrigens nicht was lustig gehört hast du ein campfeier am start der u-dude flamme du bist übrigens nicht ich schau mal erz rausholen kannst du was machen nene nene gift pisse alter was machst du denn schon wieder ich sehe nicht mal ich hab doch gar die frage am start hast ja alter du sagst was von campfire aber wenn du von fackeln rätsel habe ich noch 30 jahr naja dann rede ich diesmal von licht und wärme entschuldige bitte ja muss mich mal eben ausrüsten ich fühle mich hier gerade eben an der schwere sprung alter ja mann ich sag doch ich bin nur mir fehlt noch meine mütze moment ich will heute abend der reizwäsche sehen heute abend bei mir anstraten so fuhr du mal machst du mir ja bitte eine neue meine spitzhacke naja kann ich machen deshalb ist nicht bekommen die tropie hat sie gelootet auch kina ist man 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 warte mal erst mal licht hier das ist doch angenehmes arbeiten hier wieder nach oben hat meine spitzhacke gemacht aus eisengold denke ich doch oder ich mein wegen dem pixeln pixel pixel hier will jemand einen sorry ich hab's dir weggenommen also mir fehlen noch 50 pixel was ist das was ist das was ist das was ist das das ist ein kommenter alter irgendetwas ist es gerade hier black ring wie viel pixel hast du kaputt ich habe genau bei irgendwem hört man sich doppelt ja 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 wer ist das dann prüfte einfach mal wer kann wenn keine aufnahme ist oder so die tropie ja bitte ist wieder in ordnung habe 430 dann kannst du bitte für black ring hier eine spitzhacke bauen natürlich mir ist kalt habt ihr gehört freunde ich baue irgendwo ein lagerfeuer wieder hin ich komm schon hin ich hab kein lagerfeuer warte mal ich crafte mal ich crafte eins so ist gekraftet dann gibts hier bitte safe wir brauchen unbearbeitet das holz die die oder aktivieren alter wer macht das hier hallo die boxen an man hört über doppelt ja dann guckt doch einfach irgendjemand der nicht aufnimmt einfach mal ein team zu getrennen jetzt moment schau mal alter heftiger scheiß die aktivieren alter ist auch mal ihren scheiß mikrofon ich bin dann alter machen das möglich positioniert so wie du halt zum anfang hat es fertig ja man 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 dann hast du dir schon was gekraftet ne noch nicht doch ein tanker dann kann sich unser monkey man hier noch was schönes kraften der ist dann nächster wieder dran dann geht's dann wieder von vorn los ok ich kann mir was kraften ja was du willst dann mach ich das mal eher aus aus kopfhörer wir alle sind drin ja wir sind oben ich kann ja da kommen lass uns meteor fangen wir brauchen holz kann der ein beliebiges rüstungsteil machen ok habe ich gemacht außer der user hat schon ein bisschen was dann könntest du dir doch zwei stücke machen wenn du da kannst du dir machen voll in die super rein ich wollte mir nur noch ein hut machen dazu noch und dann wäre es das gewesen ich muss mal parallel dazu jetzt hier erstmal in der bandage zu mir nehmen weil sonst es gibt so ein neues zeichen habe ich gerade gesehen was ein hakenkreuz so nach energie wahrscheinlich wie die energie aufgeladen wird maximal energie für die energiewaffen später musste ich maximal für fähigkeiten verbrauchen nämlich auch energie trautes heim glück allein muss mal kurz das wunderschön aus hier meine lieben freunde das habt ihr aber wunder toll gemacht zu viele schneeflocken für meinen geschmack aber sonst nice und der schlitten das mal an ich will aber ich schau mich mal aufs ohr ich guck mich mal aufs ohr und aus alter net doch nicht. Kann ich ja gar nicht mehr. All werden belegt, hau ab. Ey, wie sexy sieht die Kristallflamme denn aus? Also bei aller Liebe. Der Ausschnitt ist ein bisschen tief geraten, finde ich, bei diesem Outfit. Also wir beschweren uns mal nicht. Oh, Pixelbrüste. Das erinnert doch an die Zeiten von Lara Crofts ersten Spiel. Wir hatten da oben jetzt die ganzen Erze rausgenommen. Bitte wieder reinlegen. Wer macht sowas? Die ganzen Wachen, die ich verarbeitet habe, bitte hier wieder reinlegen. Macht mal die Rohmaterial in die große Truhe und die richtig feinen Materiale, zum Beispiel fährt die Diamanten in der Tech-Truhe daneben. So, wo kommen jetzt die Erze hin? Die Erze machst du in die große, braune Truhe. Die nehme ich, mache Backen draus und mache sie in die grüne Truhe. Und der Typ, wo ihr die Backen rausgeholt habt, bitte in die grüne Truhe wieder damit. Sonst gehe ich gleich überleischen. Zack, Gold ist drin, Platinum ist von mir drin, Silber ist von mir drin. Ah, da ist auch jede Menge. Wunderschön. Ich habe sogar Crystal Maf da, bitteschön. Geil. Ich habe zwei Blaupausen gefunden. Oh, was sind für welche? Eyechair Blueprint und Eyebed Blueprint. Also irgendjemand läuft hier mit allen Barren rum. Ich habe keine Barren. Ich hätte gerne Barren. Danke. Ich habe in die eine Kiste so viele Barren reingelegt, die müssen doch jetzt irgendwo hingegangen sein. Ja, ich habe keine Ahnung. Alter, wer ist denn jetzt hier? Irgendjemand läuft hier mit allen Barren rum. Der Spitzel, hallo? Blackwing Dave, kannst du mal die Barren zurücklegen? Okay. Ja, bitte. Wie, das warst du jetzt wirklich? Ja. Alter, du bist so eine Sau, sag ich. Aber ich brauchte die alle mal. Mhm. Aha. Ich brauchte die nicht für mich. Ich brauchte die für was anderes. Ah, stirb du Schweinebacke. Was hast du denn gecraftet heimlich? Ja, ähm, erzeugt schon mal eure Waffen. Da hat sich eine Penisprothese gecraftet. Oh, ich weiß, was er gemacht hat. Können wir keine Waffen bauen oder was? Nee, nee, du. Der hat hier die Pinguine, will er rufen. Pinguine. Das machen wir jetzt noch nicht. Ach so. Die machen uns lang. Nein. Nein. Ja, gut, aber wir beschweren sich definitiv nicht hier. Alter, das ist unser trautes Heim. Ihr kannst das nicht machen, Alter. Kann ich mir Eisenbahnen nehmen oder habt ihr Mangel? Moment, ich mach jetzt erstmal hier. Also wir müssen Eisenbahnen, ja? Ich hab's hier in die grüne Tour reingelegt. Eisenbahnen. Den Rest schmelze ich jetzt erstmal. Sehr schön. Wo sind die restlichen Barren? Ich meine, hatten wir nicht noch mehr Barren oder so? Ja, ich schmelze sie gratis. Sonst muss ich tausendmal stecken, stecken. Mach mal ein bisschen drei, vier Ofen. Hat hier noch jemand Wood Planks für mich? Dann kann ich hier weiter ausbauen. Ja, ich hab Wooden Planks für dich. Hat sich ja keiner die Mühe gemacht hier irgendwie. Was, was? Moment. Als ihr die ganze Zeit unten wart und überhaupt, habe ich angefangen, das Ganze zu machen, ja? Und links ist jetzt, ähm, weißt du schon was? Ist Holz. Ist was? Links wird dir das Holz. User läuft eben nackt rum hier, ne? Wo ist das Holz? Wo ist das Holz? Wo ist das Holz? Link. Ich seh jetzt besser aus. User, komm mal. Hast du dir eine Eislußung gebaut, User? Ecke, ja. Hat sonst noch jemand Holz? Äh, ja, warte. Warte, 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 warte. Ich rede nicht vom Holzkopf, ne? Ja, ja, hier, warte. Okay, okay. Warte, ich bin gerade der... Wirst du denn, ähm, komplette Eislußung? Hier, der, der springt, der hyperaktive Vogel hier. Ach, da hinten bin ich. Ja, genau der bin ich. Ah, nein, das ist meine Waffe. Äh, ach, krass, die wollte ich nicht. Warte. Hier, dafür kriegst du das. Warte, süßer, das war ganz schöne Materialverschwendung, ne? Du hättest auch einfach deine Kupferausrüstung upgraden. Hast du die Waffe wieder? Das ist die falsche Waffe. Naja, eben, das macht man ja mit dem. Hast du wirklich? Ne, das war doch die mit 13. Nein, die kannst du wieder haben. Hab ich doch immer mit dem. Ach so, warte mal. Dann, äh, die hier ist dann die richtige. Genau, danke sehr. Bitte sehr. Die andere kannst du auch behalten. Warte, was andere können wir leider noch gar nicht machen. Wollen wir da nochmal losmachen? Hast du, hast du jetzt wirklich schon diese Salinen-Schüsse hergestellt? Ich mach jetzt allerersten Mal hier fertig. Ja, alles klar, chill erstmal noch, chill erstmal noch. Das ist mal, verbessert ihr erstmal eure Rüstung denn, wenn ihr da fallet? Ja, wie denn? Ich hab keine Rüstung. Du hast ja schon dreimal Rüstung bekommen, oder nicht? Ich hab gar nicht. Alter. Ich hab nicht gesagt, äh, das ist sowas so als nächstes. Wir sind sowieso wieder am Anfang der Reimfolgegeplägen und ist jetzt sowieso dran. Alter. Ich muss jetzt aber erstmal schmelzen, ihr macht hier so einen Panik. Ich hab jetzt schon mal geschmolzen. Du, so, fang ganz zu meckern, los. Nein, 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 nein. Ich mach erstmal jetzt noch drei Ofen weiter hier. Ich stelle schon mal was hin, ja. Bevor sich jemand dran vergreift, so. Äh, vielleicht noch fünf Minuten, dann ist es 22. Ja, das ist okay, wir haben noch fünf Minuten, genau. Dann würde ich lieber sagen, im nächsten Part, die bösen Ping. Ja, dann ist es noch alles weg durch Updates. Komm, mach was ihr, Leute. Quatsch. Alter, wenn das Update kommt, wenn das Update kommt, dann ist sowieso alles weg. Da ist auch der, äh, Moulton Coal weg, oder wie das Ding heißt. Oder der Coulton Moor, oder was weiß ich. Hat der Kämpfer oder so was? Was? Hat der Kämpfer, ich will noch mehr Ofen bauen hier? Das ist hier, wir müssen ja die ganze Zeit in werden. Ich kann mal gucken, ob ich eins craften kann. Ich mach hier sowieso nicht zu stehen. Ich mach jetzt einziger die Schmierarbeit. Ich setze das Ding jetzt da ganz oben hin und ihr könnt mich nicht aufhalten. Ich hab genug Torches, aber mir fehlt. Leute. Haltet mich dann ernst, oder? Alter, soll doch sterben, meine Güte. Ja, wir sterben mit ihm, weil die Viecher ja auch zu uns kommen. Ja, aber das ist voll Materialverschuldung. Ach, das ist Mike Solo und Mistvieh. Wie gesagt, wenn ihr schon eure Kupferausrüstung upgradet, dann macht bitte auf dieses eine, also upgraden, damit die alte Rüstung verbraucht wird, sonst schmeiß ich die nämlich einfach weg. Ja, das ist ein bisschen blöd. Upgradet sie auch das eine Ding, da gibt es ja so eine Blaupause. Äh, ich brauch 350 Pixel zum upgraden, das ist ja blöd. Ja, nimm doch das, was hier steht. Ey, ich kann für dich upgraden, was willst du denn upgraden? Ich würd am liebsten erst mal meine Spitz-Dingsbombs upgraden. Ey, dann gib sie mir, ich kann sie upgraden. Okay, warte, dann lass uns mal hier drüben treffen. Eine Silberspitzhacke, 350, die kann ich jetzt auf Gold mit 400 Pixeln weiterverarbeiten. Ja, ich voll dafür. Aber ich hab 350 nur. Bitte, bitte, bitte. Ja, da hast du noch mehr. Guck mal, da kannst du noch was drin schmeißen in den Ofen. Gut, hab ich schon lange. Ne, ich kann sie jetzt grad nicht upgraden. Okay. Warum nicht, warum nicht, warum nicht? Er hat zu wenig Pixel dazu, hat er ja gesagt. Wer hat'n 400 Pixel? Nein, ich hab' keine 400 Pixel, ich hab' nur 150. Ich hab' nur 30. Kommt jetzt endlich hoch. Alter, lass mich mal erst mal hier machen, ne? Wir müssten übrigens mal den Schutz vor den Meteoriten wieder erneuern, da ist nämlich grad' wieder in Einschränkung gekommen. So, bin dabei. Zuzer, wolltest du nicht auch ganz Weihnachts mal ein Outfit haben? Ne, ganz hatte ich schon, das ist mir langsam über, aber der Barty fällt mir, deswegen hab' ich den noch. So, ich setz' jetzt das Ding hin. Alter, jetzt kannst du mal warten, du Freak Owens! Freak Owens? Da kannst du ja einen reißen, ne? Alter. Du willst' nicht machen, wir kriegen das schon die Kills, aber trotzdem ist halt schade, dass sie nicht alle mitmachen, denn. Ja, ja, das ist es. Alter, warte doch mal. Warte doch mal. Warte doch, Mensch. Mann, alter Mann, ist kein D-Zug hier, ey. Guck' mal, Sockel. Mann, 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 Mann. Sockel! Ey, komm, bevor der da oben total amok läuft, lass' uns mal nach oben gehen. Endlich. Besser ist das. Immer diese, immer diese Vögel, ey. Ist das nicht ein bisschen seltsam, mein Aufford? Ich meine, total knapp ist. Dave, du wirst angegriffen. Ja, irgendwie. Du wolltest dir mal eine vernünftige Treppe bauen, anstatt hier diese grünen, ekelhaften Blöcke immer hier. Ja, sag' die übrigens. Gib mir Holz oder mach' das halt selber. Ach, da hinten laufen sie, die waren's nicken. Ack. Ja, sowieso auch wieder Schwierigkeitsgrad mit den, mit den Meteoren. Aber Mann, Anja, sind da noch irgendwelche Viecher? Naja, die sind hier gerade angekommen und haben uns mit Stein beworfen. Mit Stein beworfen. Die werden noch nicht mit Steinen. Die Vögel werfen mit Steinen. Mit Steinen. Ja, sie haben wirklich die mit Steinen werfen. Wir reden jetzt nicht von den Vögeln. Ach so. Warum? Warum macht ihr so etwas? Warum? Warum? Alter, kannst du mal aufhören damit? Oh, sorry, der ist halt immer in die craftingen Wege reingekommen. Na gut, dann geht's los. Okay, dann ruft das Scheißvieh. Okay, der letzte Part wird überzogen. Go, go, go. So, jetzt, mach' los geht's. Jetzt beschwör' den Scheiß oder wir machen jetzt zu Ende? So, ich kümmere mich schon um den Nahkampf. Er macht mit. Ja, ja, ich beschwör' den Scheiß. Ich bin auch Nahkampf. Da ist es. Da ist die Fotze. Äh, schuldige. Das war, ähm, hm. Hast du Fotze gesagt? Nein, hab ich nicht. Nein. Hast du gerade Fotze gesagt? Ich bin schockiert. Sandra, das geht so nicht. Ich hab was gesagt. Ich hab was gesagt. Ich fühl mich hier wie bei RTL Frey gerade so ein bisschen. Ich muss, äh, den Gamer... Einmal geht aber weg da! Nein! Ich kann das Auge! Junge, ey! Leute! Leute! Alter, seid ihr Nukes, ey! Zieht mal Aggro und geht mal nach rechts. Dann zieht mal Aggro. Wie soll man den Aggro ziehen? Wollt das Ding? Aggro, ziehen nach rechts, bitte. Danke. Wer hat das Ding gerufen von euch? Hele Mann, den ganzen Vater-Ao-Effekt. Achso, ja. Wir müssen eigentlich den Blatt in Delf verfolgen, ne? Ja, ja, der geht hier hoch. Ne, 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 ich hab's hier rufen. Ach, warte mal. Da ist ein... Und ich zieh' nach rechts. Na, ist er schon tot. Hat sie erledigt. Blob. Nope. Das war ja, äh, schwierig. Aha, glaube ich. Ich hab' jetzt eigentlich auch mit ein bisschen mehr Widerstand gerechnet. Ach ja, ihr seid ja auch totale Übertreiber hier. Oh, das ist so schwer und... Ey, aber ich hab' ich nicht gesagt. Weil ihr müsst bedenken, wir sind zu siebt, Alter. Ganz scheiß Casual-Gamer hier. Ich dachte nur, dass da vielleicht noch Pinguine mit Panzern andocken. Das steht hier in keiner Relation zu dem, wenn man alleine zockt. So, und jetzt hätte ich gerne vernünftige, äh... Treppen. Treppe, genau. Weil das Ganze... Es ist 22 Uhr, ich dachte, ich sag das nur... Jo. Ich wollte mal sagen, wir machen jetzt auch mal Schluss hier. Ja, 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 da habt ihr vollkommen recht, meine Lieben. Bin ich dafür? Ja, ja, ja. Ich lege mich... Ich zeige euch mal noch hier im Video, was wir jetzt eigentlich aus diesem Moltenkorps gebaut haben. Was willst du denn bauen? Den zweiten Ampel, damit wir verbesserte Ausrüstung bauen können später. Äh, kenn' ich gar nicht, das Ding. Bau' mal. Guck' mal, hier. Da ist er, der Neue. Warte, ich steh' jetzt mal auf. Erstmal begutachten. Okay, ich geb' wieder Schlaf. So. Gut. Können wir denn auch die Sternenkarte... Leute, guck' mich mal an, wie sexy ich da liege. Das sieht doch episch aus, ne? Und in diesem Sinne verabschieden wir uns und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss. Tschüss. Geklaut. Geklaut.